so leute es geht weiter mit dunkel kann für zwei worauf ihr vielleicht gewalt hat oder auch nicht ich habe keine ahnung aber wir betreten jetzt die station oder boss sich da aufhält die am schluss nach außen okay stimmt ja okay ich muss springen ja okay und dann was denn was okay perfekt war einfach so ich habe verschwunden so ja genau so muss es ablaufen jetzt glaube ich ein bisschen schneller ich bin jetzt echt leicht so muss ja ich habe nur so spät gesagt dann habe ich dann noch mal schon muss ich machen nein damit habe ich nicht gerechnet sonst hätte ich es geschafft das hätte ich es geschafft auf jeden fall okay kommt noch mal noch einmal noch einmal das schafft diesmal aber so angst obwohl die 6 schaffen ehrlich gar nicht so solche angsthasen sind angst offen kommt gewinnert ich stehe auf die idee das meine drogen einmal ich habe es war nach dem dritten mal glaube ich bin der sucht so dass das zweite mal hoffe ich war da sind wir jetzt irgendwie die grad nicht vergessen zu zählen mal als man spricht mal wieder ich muss immer wieder sagen okay doch das ist jetzt das dritte mal jetzt jetzt kommt das dritte mal doch nicht oder doch jetzt ja doch haha jetzt nicht mehr reinlegen gleich gesteckt über sein knüppel da war es noch mal dort auch die dem einfach nur knüppel bestimmt doch nicht das letzte mal hätte ich erwartet ich habe ihn ich habe ich jetzt mal getroffen viermal fünfmal jetzt glaube ich das fünfte mal würde ich sagen ich bin schon sechs mal wenn ich keine große herauszunehmen weil ich schon ihr seht ja okay er muss danach noch nicht mehr bei so zu einer haus hat uns hat keine herauszunehmen hier gebläht auch ein bisschen so bis die blick tiefes creme lang creme de la creme ok wie hieß er nicht creme kai ah steht auch mal so creme nö als er mit karen zumindest tiefes creme oh nein die sind ja nur bienen am start war kein lust ich habe ihn richtig ihr seht ich muss mal so springen ja doch doch so war das okay stimmt irgendwie was er wechselt habe sich nicht schnell bewegen ob ihr seht hier sind aber weg aber geht es noch weiter hoch sagt 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 und ob es jetzt mit zwei level bonus wenn jemand so okay mal gucken ob wir noch ja ich muss halt nur alle bienen besiegen damit in der uhr ganz einfach ganz easy und ja 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 es ist moment zack und zack ja das hätten wir ja genau hier ist auch ein buch der welt ganz easy wie sie schließe für die münze mal wieder ja ihr seht jetzt dass ihr ja okay ja es ist vielleicht aber man hat eine wartezeit und ja und ja kurze pause bitte ok so es geht weiter ja eine kurze störung falls jemand und das könnte das war meine schwester aber es ist also so und die maus der ja so ja wir hatten die zwei bonus der wäre geschafft ganz easy easy cheesy wie ich so gern sage nein ich sage ich kann nicht gar nicht so aber egal es war spaß das zu sagen ich hasse euch ich hasse euch und hol ich mag ja auch nichts mit mir gar nichts ja so besiege ich nicht ist was ja offensichtlich da gibt es nicht und ratschlagen oder hat man es nennt das ist egal und ja kurze wird man wieder bitte so es geht wieder ich glaube das hat endlich die letzte egal das war die letzte störung hoffe ich war ganz easy ganz easy wieder hoch muss ich man sieht es schon okay was er will ich ja bestimmt ein leben oder so okay zwar leben so würde ich ein leben zumindest und durch kann ich ja nicht geht das schlecht wenn ich jetzt immer so fest liebe ich hasse sie gerufen das ist schon den anschauen ja während ich darauf festgelegt kann ich attackieren ihr seht aber einfach so hinzelt sich wer die bernst du eine rache ihr seht ihr so kann ich machen ja ich habe die tue auch die münz nicht von daher egal wenn er schon diesmal war es wenn falle ich hasse euch jetzt aber so und dann war das war wieder mal mal wieder mal wieder mal wieder knapp ja zweimal dreimal mal wieder mal wieder mal hier so jetzt warten und sagt man die kommen mal zu spät was ich vermissen ich kann man habe ich das warten okay da ist das man merkt es aber ich glaube okay moment moment versteckte hat würde ich mal sagen nein mir ist es gerade egal ich weiß keine ahnung was ist jetzt noch nicht so zeitverschritten nämlich das sind ja da so rumfliegen bis renn fliegen fliege ja und werde ich halt zeitverschritten würde ich machen wenn ich jetzt hier und dann das ist jetzt gemein wie komme ich denn da hin okay ich bin so gut wie tot leute ich komme nicht an das sind ne ich da oben da ist ja die bühne noch mal und wie sollten da halt hinkommen rauskommen ja so ging das schlecht und ja müsste es jetzt noch mal so machen ja ich muss euch mal wieder langweilen ja nicht nur nicht nach schneiden nein nein ihr seht ja 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 die die kommen einfach ständig befreitete so oder so die erwarten die können mich eh nicht um habe ich das gewusst weil ich nicht in der bisher jetzt kommt los hier aber warten zack ich will wissen was da ist jetzt uhr hepp bitte ich komme ich denn da hin jetzt gleich hier hat der moment hier wie komme ich jetzt gleich nein nicht treffen ich will es keine ahnung wie ich da hinkomme null ahnung weiß wirklich nicht ich weiß wie ich da ich was war irgendwann auf screen von daher habe ich weiß nicht ich weiß nicht was ich was sie dabei gedacht habe ich dann komme alles aus ich weiß es ja wenn auch mal komplett auf screen ich weiß dass ein wohnen docker mit zwar jetzt den ganzen wieder zurück oder was ist jetzt wirklich verbündet na egal wenigstens noch ein wenigstens drauf gegangen ich hätte mich echt blöd oder ich habe mich so richtig blöd dann habe ich nicht gestört an und deshalb machen wir es mal jetzt schnell 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 egal egal was ihr alles nicht was ist der will noch mal und daher sagt ja das will ich doch machen weil ja ich brauche hier meine partnerin meine 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 partnerin okay so war ja so klar hier von hier mit jemand gefällt habe ja ich will noch eine station schaffen da bin wie naja bis jetzt nur den boss und jetzt sagt das ist aber sehr knapp was zum moment da war kein fass okay naja vielleicht will wir freuen da brauchen was bei dem als ich besiegt habe ja okay ich würde hier nicht hier durchkommen daher ja ich wollte ein bisschen gucken aber egal wie gesagt was auskonten und ja das end ist mir egal ich habe es doch noch ich habe es ich habe es ein richtiger pro wie ihr wisst ja ich bin so genug ihr könnt ihr wollt wenn sie genug oder ein pro solch überlassen was sie denkt nein 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 du nervst du nervst du ja die beiden zu müssen oder was die anscheinend nicht und zack so einfach vorsichtig einfach vorsichtig und zum wissen okay ich weiß schon woher war das knapp was spinnen ach so komme ich dahin ich habe es verstanden ich habe es ja schon also ist doch nicht alles unmöglich ja also weiß ich schon damit verabschiede ich mich auch mal ich kann hier so sprechen schau dir mal was dieser kram links schon wieder angestellt hat ich möchte ich dankeschön wir haben noch eine minute machen wir ein paar beiseiten mit wer ist noch mal keine ahnung versteckt türen soffen bände versteckt brecht sie mit einem geworfenen gegenstand auf aber oder benutzt einen euren tierischen freund kenne ich verschiedene münzen ich meine ich habe ja glück rollschrung sollt y um von einer kante zu rollen drückt dann b um im fallen im fallen zu springen mit dieser technik werdet ihr weiter weiter springen können als mit dem normalen sprung ok das kenne ich schon also das kenne ich und was zum endgegner zerstört den klein zinger und seine drohnen sehr schnell sonst sonst erscheinen sie nach einer beine wieder ja dann kann ich mich noch erinnern ja es ist halt ja falls ihr vom text nehmen könnt könnt ihr vielleicht wissen was es ist vielleicht auch nicht naja es ist ein ihr seht ja bienen und da bienen nest und bla bla und was erwartet uns hier ich euch mal zeigen ja roma platz wir gehen zum roma platz wir gehen nein es war schon dieser beginnt aber ich habe es vergessen ich könnte selber spongebob roma platz irgendwie empfindet ihr es ich mache später vielleicht mal sehen und dann wünsche ich euch auf jeden fall einen schönen tag und das war es auch mal wieder ich hoffe ich schreibe auch das nächste mal ein bis dahin ciao ja 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 ja